Oh, wie sympathisch er lacht. Richtig süß. Sieht sehr deutsch aus, ne? Du aber auch. Da schreibt einer unangenehm. Ja, wirklich, das ist richtig unangenehm. Ich stell so ein Tisch hier in die Mails und dann daten wir einfach mal einen Support-Kreis. Oh mein Gott, Leute, wie witzig wär das? Sein Hals ist richtig lang. Er schaut richtig heiß aus, ne? Kennst du Montana Black tatsächlich? Ja, ich kenn ihn, aber ich hab jetzt keine Videos. Guck mal hier, Monte und Memo bewerten YouTuberinnen. Monte hatte mal einen Skandal gehabt, da hat er gesagt, Frauen sind für mich wie Hunde. Wie stehst du zu der Aussage? Die Aussage kann ich nicht vertreten, das ist sehr asozial. Meine Augen sind die Männer, die Hunde. Spaß. Wir bewerten ein paar YouTuberinnen vom Aussehen. Also das ist Memo, der Freund von Monte. Guck mal, das hier ist Monte. So generell, wie würdest du jetzt Monte bewerten? Ich hab keine Zahl dafür. Weil es ist sehr hoch, ne? Ja, genau. Alles klar, let's go. Schade, dass ich nicht schon früher YouTube gemacht hab. Mhm. Ich hätte jetzt gern gesehen oder gehört, was er so sagt. Wie er dich bewertet? Ja, kann er noch kommen. Kann er noch kommen. Der Name Trash heißt schon Müll. Er würde bei meinem Namen auch schon so mit anfangen. Er würde, glaube ich, Minikuta. Er würde, glaube ich, Minikuta. Dann würde er Minikupa. Dann würde er Minikupa, würde er sagen. Klein und handig wie Minikupa und immer einsteigebereit. Irgendwie sowas würde er sagen. Ja, das war's wahrscheinlich. Aber die machen das wirklich gut, ne? Sie ist zwar ein Kind, aber schön. Sie ist zehn Jahre alt und hat schon zwei... Was? Digga, was? Da ist einfach eine Zehnjährige in der Liste drinnen? Hä? Okay, was sagen die jetzt dazu? Die kenne ich gar nicht. Hier, Moin. Da sieht man ja gar nichts, Digga. Was ist das denn? Sie ist zehn. Natürlich kennt er sie nicht. Die ist 15. Wer ist 15? Die Emmy, die hieß hier 14, 15? Kann ich nicht erkennen. Haben wir auch nichts zugesagt. Da sind ja gar keine Bilder drinnen, Alter. Was ist das hier für eine Kacke? Aber schau mal. Sie wollen doch gar nicht wissen, was da steht. Sie wollen nur Bilder sehen. Das ist sch***geil. Ja, richtig. Findest du deine Gesichtsaal zu ist cool? Nee, gefällt mir jetzt nicht so. Warum? Es geht noch nicht los. Weiß ich nicht. Es ist schon sch***los. Wollen wir euch auch YouTuber bewerten? Möchtest du euch YouTuber bewerten? Ja, okay. Also guck mal. So viel auf jeden Fall dazu, wenn Monte Frauen bewertetet. Eigentlich ganz süß, oder? Mhm. Schon netter Typ. Pass mal auf. Ich mach dir jetzt mal ganz kurze Liste, okay? Wir gehen jetzt mal hin. Und ich geb jetzt immer erst die Namen ein. Und du musst kurz weggucken. Und ich sag dir, wo du dann hinguckst, okay? Okay. Wir fangen an mit dem ersten. Das hier ist Simon Unge. Das ist dein Instagram-Feed. Das ist Unge. Er hier. Der hier. Der siehst du ja hier mit den roten Haaren, ne? Muss ich jetzt Punkte vergeben? Ja, sagen wir auf einer Skala von 1 bis 10, okay? Rein optisch, okay? Simon ist derjenige, der mich auf jeden Fall auf YouTube quasi groß gemacht hat. Wirklich. Schon mal ein Fristpunkt? Ich verdanke Simon wirklich eine Menge. Simon ist Veganer. Mhm. Und frisst unglaublich viel. Also der frisst wirklich. Der isst nicht normal, sondern der frisst. Der stopft alles in sich rein, Mann. Guck mal, so sah er früher aus. Der Dreadlocks gehabt. So ist nicht so schön wie vorher, oder? Nee. So, was würdest du jetzt Simon Unge generell für eine Note geben? Mhm. So 1 bis 10. Rein optisch nur. Ich würde sagen eine 4. Okay, warum nur eine 4? Er ist nicht so mein Typ. Aber hier ist er schon süß, oder? Ja, total. Und anscheinend hat er einen starken Charakter. Ja, hat er wirklich, ja? Ja. Deswegen werde ich jetzt mich verbessern und sagen, er ist eine 5. Okay, eine 5, okay. Okay, machen wir weiter mit orange, orange Kevin. Das hier ist... Das ist echt so ein Witzelchen. Das ist Kevin. Hier siehst du ja, ne? So fitnessmäßig unterwegs und so. Der ist halt... Er ist halt sein Kevin. Ist halt ein richtig... Man sieht, dass es ein Kevin ist, oder? Ja. Man sieht wirklich, dass es ein Kevin ist, finde ich. Was sagst du zu ihm? Also er ist durchtrainiert. Ich glaube, wie groß ist er? Kevin ist ein Stück kleiner. Ich glaube, der ist so 1,80 oder sowas. Was ist so groß wie ich? Ja. Ich finde, der ist eine 6. Eine 6? Ja. Okay. Wie alt ist er? Kevin ist... Wie alt ist Kevin? 19 eigentlich, ne? Ja, zu jung. Wer sagt immer erst 19? 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 Dann haben wir hier Trimax. Das hier ist Trimax. Ich gebe dir mal ein Google-Bild von Trimax, ja? Der ist auch Streamer. Auch ein super netter Typ. Das ist Trimax. Ja, hier. Das ist Trimax. Er schaut aus, als ob er ein Polizist wäre. Er schaut schon mal sehr sympathisch aus. Ich glaube, er würde niemals betrügen. Oh, wie sympathisch er lacht. Richtig süß. Ja, was würdest du ihm geben? Eine 5. Eine 5? Warum? Er ist richtig breit. Er ist der breiteste Mensch der Welt. Guck mal, wie breit er ist. Guck mal, siehst du das? Siehst du, was das für eine Kante ist? Ja, ich sehe. Trimax ist ein Big Mac mit siebenmal Fleisch drauf. Wirklich. Findest du er ist breiter als du? Trimax ist deutlich breiter als ich. Trimax hat auch schon seit Jahren eine Freundin. Trimax liegt momentan so aus. Was würdest du Trimax für eine Note geben? Eine 3. Eine 3. Okay, alles klar. Jetzt kommen wir zu einem sau-unangenehmen Kandidaten. Das ist Lukas, Evive HD. Den haben wir eben schon mal gesehen. Er hier. Mit der G-Klasse so. Evive HD. Bin ja auch Single deshalb. Ne, hier, so Evive HD. Kann man ja jetzt ganz gut sehen, ne? Was würdest du dem jetzt geben, rein optisch? Eine... Ähm... Sag 2. Ja, so eine 6. Eine 6? Ich weiß es nicht. Sieht schon alles so jung aus. Ist ziemlicher Alman auch, oder? Sieht sehr deutsch aus, ne? Du aber auch. Aber ich eher schon mehr, oder? Ja. Wollte grad sagen, Alter. Er ist so ein Babyface. Guck mal, ganze Chatnode wird in diesen Kotzi-Modes. Die hassen ihn alle, die hassen ihn alle, okay. Also Leute, ich vergebe die Punkte halt wirklich sehr ehrlich. Ja. Aber du beleidigst halt nicht, Leute. Vielleicht kommt da noch eine 10, wer weiß. Vielleicht komm ich ja sogar noch. Gut. Hier haben wir Standardskill. Was macht der für Videos? Standardskill macht Fortnite-Videos. Kennst du Fortnite? Ja, ne? Ja, ich finde das Spiel so kompliziert. Bist du gut? Ich bin einer der besten Fortnite-Spieler gewesen. Okay, also. In Deutschland. Das ist Standardskill. Er hat auch einen goldenen Zahn, siehst du das? Er hat sogar zwei. Zwei goldene Zähne, ja. Wie alt ist er? Ich weiß gar nicht, wie alt. Philipp ist irgendwas... Philipp ist irgendwas zwischen 14 und 36. Kannst du aber nicht genau sagen. Ich weiß wirklich nicht. Er ist eine 7. Eine 7? Ja, seine Zähne sind ein bisschen... Sind upturnen, oder? Ja, safe. Aber guck mal, hier ist das schon so ein sehr maskuliner Typ. So richtig Gangsta-Rapper-mäßig, ne? Ja, finde ich. Der fährt in Lambo und das gleiche Auto wie ich. Also der hat zwei Autos. Der ist sehr reich halt, ne? Aber das ist ja nicht wichtig. Wieso machst du Werbung für ihn? Ich weiß nicht. Also ich finde Philipp sau das Opfer, aber... So, jetzt mal ganz ehrlich, ganz ehrlich zu Montana Black. Das ist Monte. Auch ein süßer Kerl so. Hat auch so ein bisschen Gangsta-Rap-Vibe-mäßig. Weißt du, was ich meine? Leute, ich glaube der ist wirklich sympathisch. Also auch wenn er so wirkt auf dem Bild. Der schaut irgendwie so sympathisch aus. Oder hier. Hol mir ein Bier. Oder wie viel ist denn hier? Alle. Ja, das ist halt, so ist halt Monte, ne? Noch in jüngeren Jahren. Ja, überhaupt nicht mein Typ. Gar nicht dein Typ? Was würdest du ihm geben? Eine 4. Eine 4? Ja. Warum? Einfach weil ich der Typ ist so, ne? Aber ich finde das voll korrekt. Ja, aber es wird trotzdem gut aussehen. Wir haben uns letztens so ein Video angeguckt von jemandem, der das mit seiner Freundin gemacht. Und die war so richtig beleidigend. Die hat gesagt, boah ist der hässlich und so. Du sagst einfach so, ne ist nicht mein Typ, so kann ich es einfach so objektiv bewerten, ohne hier beleidigend zu werden. Weißt du, das macht dich sehr sympathisch. Hey, natürlich ist ja nicht schlimm. Auf dem Bild hat er gar keine Tattoos sich. Das ist echt alt, gell? Ja, ja. Wann hat er denn angefangen sich zu tätowieren? Äh, irgendwann ist er durchgedreht, hat sich das Gesicht tätowiert. Ich weiß nicht, was da los war. Was steht da denn da drauf? Da steht, ähm... Ich weiß es nicht, was da steht. Was steht hier nochmal, Leute? Die Postleitzahl von Buxtehude. Und hier hat er halt die Rolex-Krone tätowiert. Postleitzahl. Hier haben wir den nächsten Kandidaten. 1,9 Millionen Abonnenten. Rewinstagram. Können wir mal ganz los gucken. Das zweite Bild? Das? Nein. Das hier? Ja, genau. Das ist ziemlich alt. So, super. Das ist so ein bisschen aktueller, so Model-mäßig, weißt du? Ah, okay. Ne, okay. Ich würde dir eine... Eine Zweier. 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 Du bist, da ich dich mittlerweile so ein bisschen kenne, musst ich auf jeden Fall auch den Charakter beurteilen. Muss ich jetzt was dazu sagen? Ja. Du musst jetzt schon was sagen, doch. Ich weiß, dass wenn ich jetzt nicht 10 von 10 sage, werde ich mich später schlagen, Leute. Nein, 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 nein. Ich werde dich nicht schlagen. Du bist groß, gut aussehend und reich. Du bist eine 10. Schatz. Guck mal hier. Schau mal. Einfach... Das bist doch nicht du, oder? Doch. Ich kann auch Anzug tragen. Da schreibt einer unangenehm. Ja, wirklich. Das ist richtig unangenehm. Wer ist dafür, dass er das nächste Mal einen Anzug trägt, wenn er streamt? Bitte schreib mal jetzt eine 1. Und falls ich nochmal dabei bin, ziehe ich auch ein Abendkleid an. Dann machen wir so ganz unangenehm, so daten wir. Ja. Ich stelle so einen Tisch hier in die E-Mails und dann daten wir einfach. Machen so Podcasts. Oh mein Gott, Leute. Wie bitte schwer das. So essen und so weinen und sowas bringen. Okay. Geile Idee. Mit dem Geld verunsichert mich gerade ein bisschen, hast du es gesagt. Aber es ist egal. Ich gehe da nicht drauf näher ein. Ja, das war natürlich ein Joke. Wie würdest du Nico bewerten? In Scope. Das ist In Scope. Sein Hals ist richtig lang. Oh yeah. Er ist nicht bearbeitet. Dass du das sagst, wie geil, dass du das sagst. Sein Körper ist richtig durchtrainiert. Ja, ja. Ich finde seine Schuhe cool. Die Sonnenbrille finde ich auch cool. Ja. Sein Hals verwirrt nicht. Ähm. Er ist eine 8. Er war mit Mrs. Bella mal zusammen. Sie ist hübsch wie seine 10. Er ist eine 8. Okay. No Front an der Stelle. Sehr gut. Kennst du Sascha? Äh, ja. Ich habe mal ein paar Videos von ihm gesehen. Übertrieben lustiger Typ, oder? Richtig witzig. Ja, pass auf. Auch durchtrainiert. Er ist also ein Surferboy. Sascha ist extrem. Also ich finde Sascha, muss ich ehrlich sagen, sieht nicht schlecht aus. Leute, wenn eine Person so richtig witzig ist. Das macht es viel krank... Aggressiv. Ja, oder? Aggressiv. Aggressiv, genau. Ja. Was sagst du? Er ist eine 8. Eine 8, okay. Okay, warst du Leo Marché? 5. Okay, perfekt. Dann haben wir hier den Typen, der ausgeraubt worden ist, wo du eben meintest. Justin. Auch ein Typ, der sich im Mode-Content sehr viel auskennt. Aber er ist klein, oder? Justin ist relativ klein tatsächlich. Ja, Justin ist glaube ich so 1 Meter 10. Nein, Justin, wie groß ist Justin? Einmal in meinem Leben bin ich auch größer. 1,70 oder so was? 1,70 oder so? 1,76 sagen wir. Er ist eine 5. Eine 5? Okay, warum? Ich weiß nicht, also... Ist einfach so, ist einfach so. Kann man nicht beurteilen. Ja. Kennst du Knossi? Der mit der Krone? Äh, ja. Was würdest du dem geben? Guck mal. Hä, er wurde doch auch ausgeraubt, oder nicht? Knossi wurde nicht ausgeraubt. Bei ihm wurde eingebrochen. Bei irgendjemandem wurde doch auch ausgeraubt. Kann sein. Bei Monte wurde mal eingebrochen. Okay. Er ist eine 2. Knossi ist eine 2? Ja. Nein! Schaut aus, Jens. Ja? Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Was denn? Als ob er ganz viel Alkohol trinken würde. Weiß ich nicht, kann ich nicht so sagen. Also Jens ist auf jeden Fall... Ich mach nur Spaß. Leute, er ist eine 2. Einmal Rumatra, was sagst du zu ihm? Er schaut aus wie ein Student. Okay, ich nehm die Aussage zurück. Er will gleich jemanden umbringen. Mevsüchtiger. Was sagst du zu ihm? So sieht er in seinem Film aus. Er ist eine 6. Eine 6? Ja. Könnte Rumatra auf Wisch bestellen. Letzter Kandidat, Papa Platte. Das ist Kevin. Kevin ist auch, sag ich mal, er sieht ein bisschen aus wie Harry Potter. Harry Potter, Kai. Nice. Das ist halt Kevin. So sieht Kevin aus. Das finde ich schon witzig. Kevin ist auch ein sehr, sehr funny Typ. Wow, Kevin hat sehr, sehr schöne Augen. Hallo, Kevin. Ja, Kevin hat sehr schöne Augen. Guck mal, Kevin sieht doch nicht schlecht aus. Mhm. Kevin hat sowas E-Boy-mäßiges. Weißt du, was ich meine? Kevin gehört auf TikTok. Kevin ist eine 7,5. Oh, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Er hat schöne Augen und ich finde ihn witzig. Harry Potter. Allerletzte, okay. Mein ehemaliger Mitbewohner. Was sind das für Namen? Paluten. Einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar mit einer der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland. Paluten. Sexy Mother****, oder? So Richard Gier-mäßig. Weißt du, gibt ihm noch so 20 Jahre, der ist so ein richtig schöner alter Mann. Weißt du, was ich meine? So wie du. Er ist 6,5. Okay, gut. Ja, Luca ist attraktiv, er ist groß und hat, zeig mal seinen Körper. Ja, Leute. Er ist halt eine 8,5. Aber keine 10, so wie ich. Aber glaub mir, in 5 Jahren wird er so gut aussehen. Das ist Tee, Taddel, sah früher mal so aus, ist jetzt halt Rapper und sieht momentan so aus. Ich sag's dir, manchmal machen Tattoos so viel aus. Bei ihm sieht's aber richtig gut aus. Er schaut richtig heiß aus, ja. Find ich auch, ne? Er ist übertrieben hübsch. Aber er ist trotzdem nicht mein Typ, also eine 6. Okay. Was hältst du von Rezo? Jetzt reicht's aber hier. Jetzt sind wir durch. Julien Bam machen wir jetzt nicht mehr Leute. Wie findest du Rezo? Guck mal hier. Sexy Mother****, oder? Ich find, dass er sehr, sehr intelligent ist. Ich hab schon ein paar Videos. Das macht ihn sexy, oder? Schau wie süß. Er hat sehr, sehr schöne Zähne und er hat Grüppchen wie ich. Ja, da kann man was drin verstecken, so. Ja, dein Niveau. Süß, süß. Mein Niveau, perfekt. Er ist eine 6. Boah, ich kann nicht aufhören. Wir machen weiter, komm. Kennst du Tanzverbot? Tanzverbot so? Oh, hier nochmal ein sehr süßer Boy. Sehr, sehr süß. Kennst du das Video? Was? Ich hoffe, dass ich ihn nicht verwechsel. Da, wo er runterfliegt. Ja, genau. Wo er ausrutscht. Das ist Tanzverbot. Ähm, er ist eine 2. Okay. Aber auch ein eigentlich netter Kerl. Wie findest du den Süßen hier? Ich find ihn sehr, sehr kreativ. Mhm. Auch sehr intelligent. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr, sehr viele Frauen auf ihn stehen. Er ist eine... Es ist überlegen. 7,5. Okay. Gut, ich hab noch einen. Kann ich aufhören. Es gibt so viele. Wie findest du dener? Eine 3. Mach nächstes. Kennst du? Nein, aber er schaut aus wie 14. Hoho, nope wrong. Also, ist nicht schlimm wirklich. Ich schau... Ich bin auch bei 25 und ich schau aus wie 12. Mhm. Aber ja. Er ist eine 3. Okay. Er hier auf der linken Seite. ABK. Er ist ein süßer, wirklich. Eine 2,5. Per-fekt. Ab der Jan, Chef Strobel, lassen wir es sein, meine Freunde. Wenn ihr davon Bock auf mehr habt, Leute. Gerne. Ne? Ihr wisst Bescheid. Checkt ihr auf jeden Fall gerne auf Instagram aus. Und ich bin an der Stelle raus. Macht's gut. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Mir auch. Haut rein und wir sehen uns die Tage wieder. Alhamdulillah. Seien eure Augen gepüsst. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und ciao, ciao. Tschüss.